Das Sturmtief Ignaz hatte heute unsere Region fest im Griff. Vielorts wurden Bäume entwurzelt und die Gefahr von Umherwirbeln in Gegenstädten war groß. In ganz Sachsen wurden Windgeschwindigkeiten von 110 kmh gemessen. Auch unsere Gemeinde bildete da keine Ausnahme. Die Bilder zeigen, dass im gesamten 06.12 Mitmacht-TV-Gebiet der Wind zu Gange war. Die Feuerwehren unseres Gemeindegebietes waren ununterbrochen im Einsatz. Wie hier die Kameraden des Ortsteils Maschwitz. Sie wurden in Seuslitz am Park zu einem Einsatz gerufen. Unser Dank gilt jetzt den freiwilligen Helfern und Fachfirmen, die an der Schadensbeseitigung mitwirken. Nicht nur bei uns, sondern überall. Danke.